Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, es ist Zeit für die Göttin des Goldes, die letzte Quest. Ich hoffe einfach, dass das so eine Bauquest ist, wo wir halt jedes Vieh einzeln jagen müssen. Dann haben wir es nämlich leichter, weil wir dann die Ausrüstung anpassen können. Und ihr seht dann höchstwahrscheinlich auch nur den Colvert darauf. So heißt das letzte Vieh, die Göttin des Goldes. Dann wollen wir uns einfach, falls wir es können, einfach direkt auf sie schmeißen. Wir müssen eh alle besiegen. Ja, die Colvert darauf ist sowieso wahrscheinlich eher das, was uns zerlegen wird. Die anderen Viecher, die kriegen wir ja höchstwahrscheinlich down, weil das Einzelfiecher sind. Im wahrscheinlichsten Fall. Leute, es ist so weit. Es ist Zeit für den Mega-Gegner. Scheiße, wie riesig ist das Viech? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich stehe in seinem Schwanz. Und bist du noch nicht in dem Kampf? Nein. Jetzt ist die größte Frage, was für ein Typus der ist? Wir kennen den nicht. Ich greife an. Ich bin direkt mit drin. So, das ist nämlich, dass Vieh, wo wir hauptsächlich hier sind. Deswegen haben wir die anderen Viecher erst mal ignoriert. Die Goldene Königin. Die wird uns zerlegen. Sie hatten mich im Fokus. I believe in you. Wir gehen jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Ich blocke einfach erst mal. Ich war mal ein Zufluch. Techniker. Gut zu wissen. Macht aber Sinn. Der Brachidios ist Kraft. Der... Oh nee, der Astro-Ross ist ja auch ein Techniker. Ja. Gut, dass du geblockt hast. Ich glaube, das hätte gezogen. Hm. Kommt, dass er mit den Riesendingen über dich trifft. Weil da wir ja wissen, dass er ein Techniker ist, springe ich jetzt mal auf meinen Rafa. Los, Brachiii. Wir werden heute sehr viele Rocky-Sequenzen sehen. Die Teile einfach linkes Bein, rechtes Bein und das Schwanz sind. Als ob, ey. Ich denke mal, der köpte um, wenn wir den Schwanz brechen. Keine Ahnung, ich habe jetzt auf irgendwas draufgehauen. Ich habe direkt zum Hammer mal gewechselt. Wir wissen halt nicht, was für ein Typus der ist. Wir haben den beide noch nie gesehen. Ich habe ein Vieh bekämpft, das so ähnlich ist. Den Ukandlos. Der sieht so ähnlich aus. Nur im Weiß. Die Ähnlichkeit will ich aber bezweifeln. Oder wie heißt der andere Akantor? Ich denke mal, die kommen alle drei aus derselben Familie. Keine Ahnung. Goldene Walze! Will ich die abbekommen? Panik. Panik Mode activated. Der ist über uns drüber gerollt. Das hat mich jetzt so ein bisschen an den Angriff vom Ludroff erinnert. Vielleicht ist er davon die Endversion. Große Papa der Ludroffe. Mach deine folgige Aura. Die brauchen wir gerade am dringendsten. Ich habe gesehen, er macht aber viel weniger Schaden als all die anderen halben Viecher, die wir bisher bekämpft haben. Also der macht nur 130. Den können wir schaffen. Nebenbei, die anderen Viecher machen, äh, also den Brachidius und den Astros machen wir höchstwahrscheinlich offscreen. Fertig, falls wir den hier schaffen. Ey, das wäre doch genial, ne? Das heftigste Vieh, das schaffen wir aber bei den anderen allen verkacken. Weil das hier ist ein Drachen, ey. Der ist 100% der heftigste von den drei. Ich schieße ihm alle in die Beine. Ich hau die ganze Zeit mit dem Hammer so. Bei dem ist offenbar alles effektiv. Nur dem... Genau die falsche Waffe. Aber den kannst du nicht einschleimen. Das ist so. Schleim ist etwas, das wir gut gebrauchen könnten. Ich kann ja direkt noch den Test auf Example machen und mal gucken, ob er im Normalfall auch gegen Hammer schwach ist. Dann wissen wir, Hammer ist auf jeden Fall die nützlichste Waffe gegen B. Gehe ich auf Verbindungsfähigkeit? Ja, ich gehe auf die Verbindungsfähigkeit. Ich gucke jetzt einfach mal, wie sieht Schaden ich auf das Bein mache. Das ist eine gute Idee, der macht nämlich die Walze. Oh, das ist schön. Der Himmelhochfall. Der macht, glaube ich, sogar am meisten Schaden von allen Angriffen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es gezogen hat. Warum funktioniert Schleim nicht? Probieren wir es mal mit Lähmung. Ich weiß, dass wir Kraft brauchen. Ich würde nur probieren, ob Lähmung funktioniert. Ja, solange er mich im Target hat, ist er sowieso egal. Ich lasse ihn sogar das rechte Bein angreifen. Ich bleib mal beim Hammer, ne? Der ist ja eh gegen Hammer schwach und du hast ja eh schon den Bogen draußen. Ich mache jetzt einfach die Liste mit dem Bogen fertig und danach wechsle ich auf irgendwas, was effektiver ist. Ja, Hammer, weil man damit gut Körperteile brechen kann. Oh, der Schweife ist gegen alles schwach. Komm, bitte, bitte. Schade. Aber er ist doch noch schwach. Das ist schon mal eine Information, die gut ist. Er ist sauer. Jetzt habe ich Angst. Ich weiß nicht mehr. Was muss ich nutzen? Eben war er Techniker. Jetzt ist er sauer. Er ist bestimmt ein Krafttyp. Also mein Astrolos macht das schon mal richtig. Ich würde auch davon ausgehen, dass er jetzt ein Kraftnutzer ist. Und selbst der Nische ist ein Geschwindigkeitsnutzer und dann prallen wir halt einfach nur gegeneinander. Ich... Hundi! Ich bezweifle, dass das Viech auf Geschwindigkeit geht. So fett wie es ist. Nie im Leben wird der ein Geschwindigkeitstyp. Vorher fress ich einen Besen. Das sage ich doch. Also wenn er noch irgendeine Transformation hat, dann ist er jetzt wahrscheinlich Geschwindigkeit. Aber ich... Keine Ahnung. Ich kenne das Vieh nicht. Ich kenne das auch nicht. Ich weiß, dass es auch so alt ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Soweit habe ich... Wollt nicht später, dass ich den gesehen habe. Warum geht's auf Technik, du Herr... Los ist etwas. Blöder Köter. Dein Hund ist auch nicht besser. Ja, meiner steht aber auch nicht im Fokus. Und wenn er ihn bluten lassen kann, ist es doch schön. Ich weiß nicht, ob Bluten funktioniert. Das wäre doch zumindest nicht gut. Und wenn er bluten kann. Sollten wir uns nicht erst mal auf den Einkörferteil konzentrieren? Blutung funktioniert! Okay. Er kann bluten. Das ist schon mal schön. Es ist schön, wenn man ein Monster bekämpft, dass man nie zuvor bekämpft hat. Dann hat man immer keine Peilung, was man eigentlich macht. Da wollen wir uns erst mal auf ein Bein konzentrieren. Ob es das recht am besten, weil das eh schon am meisten abbekommen hat. Jupp. Ich habe meine Angriffe auch gerade dahingehend geändert. Kernexplosion? Ist das ein Atommonster? Ich habe keine Ahnung. Ja, das hat so hart gezogen. Kernexplosion. Auf jeden Fall. Aua. Auf jeden Fall hat das fieses Feuer. Es hat alles verbrannt. Man muss, dass dein Hund sich noch mitheilt. Du hast Lebensstaub, ne? Nein, ich habe keinen Lebensstaub mehr. Ich habe nur noch Efer. Dann hat man nicht Lebenspulver. Haben wir denn nichts, das alle gleichzeitig mal heilen könnte? Von diesen Statussen. Anscheinendlich, nein. Lebenspulver, go. Wieso ist mein Punkt wieder weggegangen? Ach so, weil ich gestorben bin. Ich werde jetzt erst mal die Brandenwunden behandeln. Nicht. Betäubung funktioniert offenbar auch nicht. Aua. Er ist wieder auf Technik zurück. Er ist nicht mehr so gut. Ja, dann kann ich ja meinen Hund wechseln. Der muss dann nicht behandelt werden. Los, Rocky. Wir brauchen dich. Brother, du bist dran. Okay, er hat mich nicht im Fokus. Verbleibende Zeit 10 Minuten. Wir würden die anderen Viecher eh nicht schaffen in der Zeit. Nein. Die Frage ist, ob wir den überhaupt in der Zeit schaffen. Wir sind halt innen sind auf den Zoo, ne? Ja. Wir haben noch keine 20 Minuten gebraucht, um den zu finden, oder? Obwohl, wir mussten einen Gradius unterwegs bekämpfen. Er hat schon ein bisschen Zeit gepostet. Weil der in mich reingerannt ist. Wir hatten 10 Minuten als... etwas mehr als 10 Minuten hatten wir, nachdem wir in den Kampf mit dem Pulver gegangen sind. 10 Minuten sind rum. Ja, würde hinten hauen. So, Zeit für den Brachyschlag der Vernichtung. Alters Training wird dir jetzt ins Gesicht geschlagen. I boot off Naviro. Wie ich sequent überspringen könnte. Ey, sie ist göttlich. Ich finde es halt so geil, wie sauer der off Naviro ist, weil er ihn mit einer Banane befürchtet. Okay, man kann ihm... Man sieht die Wut ihm an. Okay, man kann ihm Sprengschaden zufügen. Er scheint nur eine sehr hohe Resistenz zu haben. Das ist selten funktioniert. Wie gesagt, das ist eine Prozentchance. Das habe ich ja schon bei einem Partner erwähnt. Mal gucken, ob man ihn vergiften kann. Wasser, Gift, Schlag. Wir haben ihm noch nicht mal einen Teil gebrochen. Und wir hauen durchgehend drauf. Warum nutzt du eigentlich gerade keinen Kraftangriff? Ich habe auch kaum Schaden ab. Ey, macht dir diese auch. Wir brauchen diesen Schleim-Effekt, weil der kann richtig Schaden machen. Ich brauche die Punkte, weil mit dem drehen im Meteor könnte ich ihm wenigstens ein Körperteil vielleicht mal nicht brechen. Ich streichle einfach meinen Monsti. Ich hole mir ein paar Punkte. Ich habe keinen Fokus, bin kein Fokus. Er macht auch immer gerade die Rolle, weil mich hat er auch nicht im Fokus, obwohl er mich anguckt. Goldene Walze. Dann Himmelhochfall. Das ist der stärkste Monster, das wir je im Duo bekämpft haben. In diesem Spiel. Wir lassen Altura mal aus dem Spiel. Ich finde das ja irgendwie cool, Altura zu und mit uns beiden zu verdreschen. Alter, ich würde hollen. Ich will keine High-Rank-Altura. Ich will nicht mal die Low-Rank-Altura. Ich bin da ganz ehrlich. Er fliegt gleich in die Luft. Halt mich mal was Positives. Rafa geht auf die Schwindigkeit. Ich glaube nicht, dass das was gut ist. Oh, da hat es Bum gemacht. Oh, ich habe mich auch gepasst, dass Rafa auf die Schwindigkeit gegangen ist. Ich habe ihn geändert. Und er ist sauer. Jetzt geht er wieder auf Kraft. Und diese 800 Schaden. Wie viel waren es? Ich habe mich auch gepasst. Etwas knappe 800 waren es. Ey, wir brauchen Rocky. Der macht den meisten Schaden einfach. Der macht mit Abstand am meisten. Scheißen wir mal kurz drauf, dass das kein Typus-Vorteil ist. Ich kann ihm eh nicht sagen, der soll einen Geschwindigkeitsangriff machen. Der macht von sich aus. Ich versuche einfach noch mal Blutungsschaden zu verteilen. Warte mal. Anfeuern. Vielleicht funktioniert dann sein Geschmarrn ein bisschen besser. Schöner Kred. Nee, kalte Blut. Ich fahre mal alle an. Ich hoffe, dass das Schleim besser funktioniert. Ja, springt schon das drauf. Okay, jetzt kann ich ihn ruhig wechseln. Jetzt kann ich leider keine Blutung verursachen. Ich möchte was erzählen, mein Hund bald immer noch. Mach Stattungsschläger, du blödes Vieh. Ich gebe ihm direkt die Brandseile. Weil er hat ja gerade einen Effekt drauf. Und den besten, den wir gerade haben könnten. Wir müssen ihn eigentlich durchgehend diesen Explosivschaden irgendwie drauf behalten. Dass er immer und immer wieder 800 abbekommt. Genau deswegen. Der wird die ganze Folge, Leute. Ihr seht die anderen Viecher nicht. Wir hätten das eh nicht in der Zeit geschafft. Ich breche ihm jetzt das rechte Bein. Nein, 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 nein. Was kommt man? dann entgegen wir zumindest der Kernexplosion. Darum ging es mir nicht. Also wenn er jetzt wieder dran ist, wird er eh nochmal die Kernexplosion versuchen, ne? Wir haben was gebrochen. Wer hätte es gedacht. Das funktioniert nicht wohl nie. So, der wird jetzt eh wieder die Kernexplosion versuchen, also mache ich die Ausweichrolle. Ich habe nicht genug Energie für das kritische Auge. Ne, ich würde eher hier absolutes Ausweichen nutzen, damit du wenigstens nicht verbrannt wirst. Ich muss auf den Hammer wechseln. Das habe ich auf dem Schwert nicht. Ich glaube, wir sollten generell beide auf Hammer gehen. Wegen dem Meteorerschlag halt. Das macht so Elementschaden. Ja, ausweichen. Ausweichen ist gute Idee. War klar, dass das wirkungslos ist. Ja, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das Umwerfen bei dem nicht funktioniert, war sowas von klar. Ja, ist eh egal. Es sind eh nur noch fünf Minuten. Und ich wechsle jetzt eh wieder zu meinem anderen, weil der jetzt wahrscheinlich wieder normal ist. Ich glaube, damit haut er seine Wut raus. Ja, der hat die Wut rausgeprügelt damit. Ich nutze jetzt aber trotzdem Lebenspulver. Ich muss mir Lörter heilen. Oh, dann kann ich einen Megatrank nutzen. Ja, ich ziehe dir mit dem Maxitrank auch den Brand weg. Da kommt eine Walze. Wir bringen den nicht mal zum Sabbern. Aber ihr habt das neue Vieh gesehen. Hätten wir uns wirklich anständig mit High-Wang-Rüstung ausgestattet, hätten wir den wahrscheinlich auch Daumen gekriegt. Aber wir wollten ja auch mal langsam fertig werden. Du mach deine Aura und ich mach das Sinnvollste, was geht. Ich will zumindest nicht daran verrecken. Ich will durch die Zeit verkatten. Dann ist es nämlich ein Sieg für uns, wenn sie es nicht geschafft haben, uns down zu kriegen. Aua. Kontakt. Oh, ist drauf. Ich gönne mir so lange mein Muskelfleisch weil er die Weiße macht. Ich wäre sonst tot. Großer Schmetterer! Oh, alles Kritz! Und er kriegt trotzdem keine Explosion. Nee, mit den Schmettern macht er ja, ist er generell drauf prügelt. Oh, nee. Tötend. Den kriegen wir nicht down. Nee, glaube auch nicht, aber wir können zumindest einfach weiter kämpfen. Wir geben nicht auf. Ich frage mich mal, welchen Körperteil er umgekippt wäre. Ich glaube, er wirklich beim Schweif. Wenn er überhaupt umkippt. Oder wir müssten beide Beine brechen. Pamm. Du brichst dich durch. Das ist ein moralischer Sieg für uns. Du kannst nicht vorbei. Wenn wir an Zeit verlieren, dann ist es ein moralischer Sieg. Aus meiner Sicht. Er hat es dann nicht geschafft uns zu töten. so fast. hat dir nur zwei Herzen gekehlt. Quest gescheitert. Wir haben durch Zeit verloren. Er hat uns nicht da gekriegt. Ich sehe es als ein Unentschieden. Das würde ich so unterschreiben. Ja, das war Monster Story 2. Das war die letzte Quest, die wir hier zu machen. War doch ein interessantes Ende, dieses Kulbe Taroth Vieh. Hätten wir hier mit Hyrink-Rüstung und Hyrink-Waffen hätten wir das wahrscheinlich sogar schaffen können. Aber wir hätten damit erstens bis Level 60 trainieren müssen, worauf wir beide wahrscheinlich keine Lust haben. Und wir hätten auch so hart grinden müssen, was die Waffen angeht. Da hätten wir einfach keine Lust drauf gehabt, Leute. Sage ich wie es ist. Deswegen beenden wir hier jetzt dieses Projekt. Wir hatten noch ein grandioses Finale. Es war keine Ortula, zum Glück. Stell dir mal vor, das wäre so eine Subspecies von der Ortula gewesen. Dann hätte ich geweint. Ja. Wir verabschieden uns hier und wir sehen uns dann demnächst bei Monster Enterprise Sunbreak wieder, was Monster angeht. Weil da freuen wir uns schon drauf, ne? Und da werden wir dann nicht mehr verkacken. Die erste Mission, die wir machen, ist noch neben Rache am Weidstruck. Hat der Kollege, der dann zusätzlich auch mitmachen wird, auch schon gesagt. Bis dann, tschüss.